Hallo, hier sind wir wieder in der Kuhfamilie aus dem Landkreis Oldenburg. Wir haben uns heute entschlossen zu dreschen. Wir haben den Mehldrescher bestellt. Die erste wollen wir heute dreschen und der Zeitpunkt haben wir da irgendwann gewählt. Die Irren hängen runter und ich habe heute Morgen eine Probe genommen, die muss bei 15% liegen. Wir waren bei 14% und darum haben wir uns entschlossen heute zu mähen. Die Irren. Die Irren. Die Irren. Die Irren. Bis zum nächsten Mal. Hier messen wir jetzt 1 Kilo, also 1000 Gramm, von dem Getreide von der Gerse ab. Diese kommen leider in den rationellen Umgang. Von den 1000 Gramm sind 996,997 übergeblieben, sind 3 Gramm per Kino, sind 0,3% Reinigung. In den Granomaten heran und in den Granomaten ist Feuchtigkeit und das Hektolietergewicht. Was maßgebend nachher zur Qualität des Getreides. Heute haben wir die Großballenparasse bestellt. Wir wollen das Gerstenstroh heute zu Quaderballen verarbeiten. Und dann können wir die Quaderballen entweder für die Grundfuttermischung, für die Kühe verwerten oder wir können mit den Quaderballen die Liegeboxen, also die Betten der Kühe, einstreuen. Dies ist eine sogenannte Häckselpresse. Vorne ist ein Mulcher vorgebaut, da wird der Stroh aufgenommen, dann wird es da zerkleinert beim Mulcher. Dann wird es durch die Bretze durchgeschickt und hinten kommt es als Großpacken, so nennt man das, oder Quaderballen, wieder raus. So, jetzt ist das Stroh gepresst, jetzt werden wir sehen, wie wir das aufladen und in die Scheune verfranken. So, jetzt werden wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen. So, jetzt werden wir sehen, wie wir sehen.